Hallo meine Damen und Herren, ich hatte neulich Geburtstag und möchte euch meine Geschenke zeigen. Dann mal los. Ich habe so eine süße Handyhülle bekommen. Ich mag sehr gerne Katzen. Und dann habe ich leckere Kekse bekommen. Das sind meine Lieblingskekse. Dann so ein leckeres Müsli. Ich esse sehr gerne zum Frühstück ab und zu Müsli. Dann so coole Bluetooth-Kopfhörer. Die sind echt cool. Dann leckere Chips. Ich esse sehr gerne ab und zu beim Fernsehen Chips. So Kängurus. Und normale Chips. Dann so ein Badeschaum. Ein lustiges Buch. Das soll sehr lustig sein. Bin echt gespannt, es zu lesen. Dann so leckeres Müsli. Dann so leckeres Müsli. Kekse. Die Kekse. Die Kekse esse ich auch sehr gerne. Schokolade. Und so Duschcreme. Und so Duschcreme. Und so leckeres Müsli. Das ist echt süß. Badesalz. Ich habe ja sehr gerne Badesalz. Man kann nie genug davon haben. Dann zwei Duftkerzen. die riechen echt gut. Dann noch so ein Buch. So ein Badeschaum. So ein Badeschaum. So ein Badeschaum. So ein lineiertes Buch. Wo man schreiben kann drauf. In Zeilen. In Zeilen im Buch. Dann noch ein Duschgel. noch so eine Halskette. Eine schöne Tasse. Mit leckeren Tees drin. Ein Kräutertee. Ein Kräutertee. Ein Kräutertee. Ich trinke sehr gerne grünen Tee. Noch ein Kräutertee. Sehr viele grünen Tees. Noch ein Kräutertee. Noch ein Kräutertee. Ich trinke sehr gerne Tees. Dann nochmal Haribos. So Apfelringe und Moos. Play Moos. Ich mag am liebsten die Apfelringe. Die sind meine Lieblings Haribos. Dann ein Buch. Ohne Freunde ist allem zum Heulen. Da sind so lieber Sprüchlein drinnen. Und ganz liebe Sprüche drin. Ich finde das Buch sehr schön. Dann eine leckere Schokolade. Ich liebe Milka Schokolade. Das ist auch einer meiner Lieblingsschokoladen. Dann noch so ein Schutzengel Wunschberle. Die schaut auch sehr schön aus. Da kann man sich was wünschen. Und es soll wirklich in Erfüllung gehen. Bin ich echt gespannt. Ich hoffe ich könnte es lesen. dann noch so ein Buschgel. Das ist ganz einfach zu machen. Dann noch so ein Labello. Die habe ich auch mega gern. Benutze ich sehr oft. Dann noch so ein Duschgel. Dann noch so Pflegemasken. So. Gesichtsmasken sind das. Das ist so eine Fußmaske. Meine Freunde wissen einfach was sie wollen. Und dann habe ich noch eine Schokolade bekommen. Ich hoffe euch hat mein Video gefallen. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde es mich nach einem Daumen nach oben freuen. Und abonniert meinen Kanal. Tschüss. Hab euch lieb.